Jo Leute, was geht? Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass Erik und ich einen Clan gemacht haben und wenn ihr da rein wollt, müsst ihr bis Sonntag, müsst ihr entweder ein Video hochladen, wo ihr zeigt, wie ihr baut, editiert, ein paar Public Matches, ein paar Clips und wenn ihr sowas nicht könnt mit Video bearbeiten, dann müsst ihr ein 1 gegen 1 gegen Erik machen, wo ihr 5 mal gegen ihn spielt und wenn ihr 2 mal gewinnt, dann seid ihr im Clan drin. Wenn ihr jetzt 1 gegen 1 gegen Erik machen wollt, schaut einfach in die Videobeschreibung, da habe ich ihn verlinkt und wenn ihr das Video hochladen wollt, dann ladet es unter dem Hashtag Mystik hoch. Tschüss.